Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Arthur hat die Nacht hier vor Saint-Tenis verbracht. Er hat hier sein Lager aufgeschlagen. Und weil er diesmal mit Bratrost das Ganze getan hat, habe ich die Gelegenheit genutzt und hat mal unser ganzes Fleisch verbraten. Teilweise auch mit Kräutern und so weiter. Wir sind also jetzt wieder gut ausgestattet. Also, mal was Positives. Käffchen haben wir auch schon. Und ich denke, wir nehmen dann auch noch gleich irgendwas von unserem frisch gebratenen Fleisch. Zu uns hier gekochtes, zartes Schweinefleisch. Das normale nehmen wir aber. Und haben wir noch irgendwas Feines zum Essen dabei. Eine wilde Möhre. Ich weiß nicht, was können wir denn noch zu uns nehmen? Ach kommt, dann belassen wir es einfach bei einer Premium-Zigarette. Okay, auf diese Art und Weise frisch gestärkt werden wir uns zurückbegeben nach Shady Bouts. Wir werden uns noch mal ein bisschen um Scotch kümmern. Und dann schauen wir mal, was die beiden jetzt ausgebrütet haben. Hosea und Dutch haben ja nun wirklich lange Zeit vermutlich miteinander beratschlagt. Die sinnvollste... Habe ich da einen Alligator... Oh, direkt neben Alligatoren haben wir genächtigt. Alles klar. Naja, das ist oftbar aber Gott sei Dank gut gegangen. Aber wir machen hier... Wir machen hier gleich mal den Piegel. Okay, auf geht's. So, da bin ich ja echt mal gespannt. Ansonsten sollten wir vorbereitet sein. Die Waffen sind in Schuss. Munition, habe ich geguckt. Haben wir zwar nicht komplett auf Maximum, aber... Ja, in der Regel so 150 Schuss. Das sollte genügen für das, was uns bevorsteht. Aber vielleicht geht es ja auch mal ohne Schießerei ab. Das wäre ja auch mal eine positive Ausnahme bei all diesen ganzen Plänen, Überfällen, wenn es mal glatt läuft. Was sehr, sehr selten passiert, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und außerdem haben wir irgendwie wieder 5 Dollar Kopfgeld. Ich weiß gar nicht, wie das kam. War das die Geschichte mit dem Assistenten vom Bürgermeister? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber naja, 5 Dollar. Aber ich glaube, selbst dort fangen jetzt die Polizisten an, schon nervös zu werden, wenn wir dort in der Gegend sind. Ich hoffe, das belastet uns jetzt nicht. Bei dieser Aktion, die Dutch vorhat. So, wie spät haben wir es? Wir sehen erstmal das Kopfgeld. 5 Dollar. Und es ist 8.40 Uhr. Alles klar. So, Scotch lassen wir hier vorne bei den anderen Pferden. So sieht es aus. Und dann gucken wir mal. Was jetzt kommt und wer vor allem mitkommt, wer uns unterstützt und so weiter. Okay, die beiden waren unten, ne? Genau, unten rechts. Und haben über irgendwelchen Karten gebrütet. Wir werden sehen. So, das ist nochmal das, was wir schon gehört haben. Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich bin nicht so gut. Gentlemen. Schau, die Bank. Karen, Tilly, Abigail. Ich habe sie alle. Sie alle sagen das gleiche. Es gibt keine mehr als eine Arme. Und die Polizei? Es ist eine Stadt, sie sind die Polizei. Aber so können wir wissen, die Patrolen werden alle diese Richtung gehen. Wenn Abigail und ich die Diversion. Das ist die Möglichkeit. Was denkst du, Arthur? Ich sehe nicht, dass wir vieles haben. Of course. Wenn wir hier liegen, wir wissen, dass wir sterben sind. Aber der Plan? Wir haben ein guter Bunch. Wir wissen, wie zu kämpfen. Die Stadt nicht so schwer sind, als ob wir schnell gehen können. Ich denke, wir machen es in der Zeit, mit einer Verstärkung. Das ist was Jose sagt. Es ist ein guter Plan, wie jeder. Ich glaube, ich glaube. Wir machen es in der Nacht. Es gibt die Dramme, dass wir in die Bank einfach in die Bank gehen können. Wir können das nicht schlauern. Wir können uns nicht mehr ausführen. Ich weiß. Ich weiß, ich mache mich einfach... Every plan is a good plan, if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater from my understanding. You're right. Dutch is nervous. Traut sich selbst nicht mehr. Let's rob this bastard. Everyone, you're ready. Look smart. Travel light. You got everything, Arthur? Sure. So, we rob ourselves a bank, and within six weeks, we're living life anew in a tropical idol, spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank. Okay. Okay. Wow. Wow. Let's go, let's go. Crack that whip, Mr. Matthews. Whoa. This is it, gentlemen. The last one. Where have we heard that before? What has happened to you, John? You lost all your heart. I'm just trying to stay real about all this. Real? Oh, how I detest that word. So devoid of imagination. How soon are we shipping out? Soon as we get a passage organized. Boat down to Argentina, and another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind? Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some pick-town hundred-dollar operation. This is a big city bank. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Hosea and Abigail draw out the police. We go in calm and fast. John and Lenny, secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles, control the crowd. Me and Arthur deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yeah. Okay. All right, that's enough talk. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Not long. Fifteen minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on. Yeah! Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then right on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, Cowboys! One more time! One more time! Let's ride! Yeah! Ein letztes Mal, Leute. Calmly does it, fellas. Act normal. There's Bill. Let's hitch up here. Gentlemen. Robbing thieves? It ain't no crime at all. Okay, da drüben sehe ich einen Polizei. Nicht schlecht. Okay, wir gehen auf dieser Nebeneingang. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein Höhepunkt. Nimm nichts, dumm. Wer ist der Direktor? Hier. So, komm, mach hin. Na? Okay, das hat schon mal geklappt. So, rein da. Ich versuche es. Ich habe es gehört. Okay. Hier. Na? Na los, ab. Ausräumen. Was haben wir denn hier? Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Was? Polizei? Das war doch noch nicht alles. Ach, Milton. Abigale. Dutch! Get out of here! Get out here now! Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friends go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Ha! Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more. No more bargains. No more deals. Mr. Milton? This is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Oh nein, Hosea. Scheiss! No! Oh goddammit! There's your deal, Dutch. Who's here? Who's there? Goddammit! Kill those bastards! Oh mein Gott. Gott, wie sind das gerade? Gib mir die Hand, Arthur! Wägen kommen hier auf der leften! Verdammt! Wo sollen wir hin? Ich sehe nichts. Shit. Komm ja schon! Okay. So, und jetzt... Komm, zünde das an! Achso, wir müssen es. Oha. Okay. Komm, 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 komm! Okay, wir haben Gewehr bekommen. Okay, wir haben Gewehr bekommen. Get up there! I'll cover the rear! We'll get them out of here! And we will! Let's end this fool! Just one! So, dann. Auf geht's! We got one on the roof! Everyone move! We got one on the roof! We got one on the roof! You heard him! Let's go! Go! Get him out of here! Okay. Arsch, hat man hier mal. Ganz gute Sicht. Oh, oh! 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 Den habe ich sofort... Erwischt! Oh! Den habe ich sofort... erwischt! Gut, dann lasst uns was finden, ja? Nein! Lenny! Oh nein, nicht er auch noch. Nein! Scheiße! Oh nein, wir müssen ihn zurücklassen. Oh nein, wir müssen den Job! Arthur, geht's! Hier geht's! All of you, wir müssen bleiben und bleiben bleiben, oder wir werden sterben in den nächsten Minuten. Follow me, one at a time. Arthur, du gehst gleich weg. Komm schon, follow me. Bleiben wir an ab. There ist eine Entscheidung überall. You people need to move along, now! We got the ladder below. Watch out. Find these men. All of you, find these men. You, you seen anything? No, not yet. Find them! Find them! Come on, all of you, keep alert! Shit, looks like they're heavily patrolling around here. Arthur! Arthur, we can get in here! Come on. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. How long are we going to stay here? A few hours? We go back to camp. They're going to get every last one of us. I know they're going to be watching the roads. I got it. A boat. What do you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah. Where? Any place will do. That's all I got. Und die anderen? We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody. Calm down. I mean, look at us. Erneut verrat, Leute. Okay, follow me. And keep your heads down. To the boats. Come on. I hear voices. Take our tunes. Everyone stay down. Look out on the left. Get down and stay out of sight. Arthur, go on and stay out of sight. Someone's coming. Duck. Duck down between the seats. I hear someone. Oh, 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 oh. Arthur, bleib unten, bitte. Oh, my God. Hey. I already checked the trains. You did? No more than a quarter hour ago. Are you sure? Sure. Oh, my God. Die anderen sind noch weiter hinten. Come on. Shit, stop, Arthur. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know. Make a noise. Whistle or something. Oh, my God. Okay. Okay. So, die Frage ist, wie kommt er jetzt? Wie rum? Keine Ahnung. Er kommt von dort. Okay, sie gehen da lang. Okay. Okay. Okay, jetzt irgendwie zurück to Dutch. Was Dutch? Hier. See them? Sure. What do you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I'll deal with them. What? How? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said? Oh, I like it. Real brave. What in the hell? Oh, who is... Excuse me, buddy. Hey, stop. Stop, stop. That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Naja. Okay, Affa, kannst du mal aufstehen? Manchmal reagiert er nicht. Das macht mich ganz nervös. So, jetzt aber. Weiter. Ich frag mich, wo die anderen sind. Dutch ist ja hier ganz schnell unterwegs. Okay. 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 Da kommen sie. Micah und Bill. Also wirklich. Den hätte ich jetzt am wenigsten die Flucht antreten wollen. Die Besten. Die Besten. Und find out where we're heading. How do I look? Like a shifty no-good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella. A New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so, apparently. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our families. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is Don and Dustin. Let's hope so. I ain't no sailor, but, uh... That cloud look like good news to you. I don't know, but we are getting off of this boat. Let's hope so. Come on. Would you get a move on, you sleepy bastard? You can lower a head, I'll be right behind you. Jesus. Ah! It hurts. It hurts! I'm okay. You? Yeah. This ain't moving. No. Yeah, you go on ahead. Try and find another way. Oh, goddammit! Get in here! Arthur! Arthur! Dad! Untertitelung des ZDF, 2020